Musik Guten Tag, ich freue mich Ihnen heute Mr. Box S. von Dördental vorstellen zu dürfen, gemeinsam mit meinem Kollegen Klaus Heiner. Und mit Frank Kieselig. Musik Mr. Box S ist ein Hybridröntgengerät für 2D und 3D Aufnahmen. Damit können Panoramaaufnahmen, DVT Aufnahmen und optional Fernröntgenaufnahmen gemacht werden. Es zeichnet sich durch ein besonders einfaches Bedienkonzept aus. Eine Besonderheit ist das 3D Volumen in Kieferform. Darüber hinaus 5x5 Volumen in bis zu 80 Mikroauflösungen. Für hervorragende Panoramaaufnahmen wird auf die S-Bahn-Technologie aufgebaut. Mr. Box verfügt darüber hinaus über eine Metall-Artefakt-Reduktion für 2D und 3D Aufnahmen. Das System wird mit VistaSoft gemeinsam ausgeliefert, die All-in-One-Software von Dördental. Mr. Box wird an unserem Standort in Gechingen in Deutschland produziert. Musik Ein Hybridröntgengerät ist für die meisten Zahnarztpraxen absolut die richtige Entscheidung, da die wenigsten sich ein reines Panoramagerät und ein DVT-Gerät anschaffen möchten. Dabei ist die Panorama-Bildqualität sehr wichtig, da es nicht selbstverständlich ist, dass Hybridgeräte diese exzellente Bildqualität liefern. Wenn man weiß, dass mit einem Hybridröntgengerät ca. 5-6x mehr Panoramaaufnahmen erstellt werden als 3D-DVT-Aufnahmen, weiß man diese Wichtigkeit im Praxisalltag zu schätzen. Jetzt wollen wir etwas näher auf das spezielle 3D-Volumen des VistaVox eingehen. Im Vergleich zu dem bisher am meisten verwendeten Volumen von 8x8, welches nicht perfekt geeignet ist für den bezahlten Bereich des Patienten, sieht man beim 3D-Volumen des VistaVox S speziell im Bereich der 7x8er deutlich mehr. Das Ganze können wir uns jetzt auch hier am Original-Scan anschauen, wo wir hier einen stark verlagerten Achter erkennen und die Region sauber abgebildet ist. VistaVox S verfügt auch über kleine 5x5 cm Volumen mit einer Auflösung von bis zu 80 µm Voxelgröße für spezielle Anwendungen wie in der Endodontie. Um auch hier die einfache Bedienung zu ermöglichen, wird der Patient identisch positioniert wie bei einer vollen DVT-Kieferaufnahme. Es wird lediglich am Computerbildschirm oder am Display des Geräts die entsprechende Region ausgewählt, Oberkiefer, Unterkiefer und die Aufnahme kann beginnen. Wie mein Kollege Klaus Heiner bereits zuvor erwähnt hat, werden mit einem Hybridgerät ca. 5-6 Mal so viele Panoramaaufnahmen gemacht wie DVT-Aufnahmen. Deshalb war es für uns sehr wichtig, hier dafür zu sorgen, dass wir hervorragende 2D-Aufnahmen generieren. Deshalb setzen wir hier auf die S-PAN-Technologie. Diese erzeugt in einem Umlauf 20 Schichten in nur 7 Sekunden. Diese Schichten werden dann in viele Fragmente unterteilt, die dann zum perfekten Panoramabild zusammengebaut werden. Dadurch erreicht man nicht nur eine hervorragende Bildqualität, sondern leichte Fehlpositionierungen im vernünftigen Bereich werden damit ausgeglichen. Mr. Vox S ist darüber hinaus noch sehr schnell. So wird die Panoramaaufnahme für die Erwachsenen in nur 7 Sekunden gemacht, die Aufnahme für Kinder in 6,1 Sekunden und die Fernröntgenaufnahme in lediglich 1,9 Sekunden. Da die meisten Patienten bereits prothetische Zahnversorgungen haben, wie Kronen, Brücken oder Implantate, ist eine effektive Metallartefaktreduktion notwendig, damit der Zahnarzt bei der Befundung die Situation korrekt bewerten kann. Die Patientenpositionierung im Modus DVT, egal ob großes kieferförmiges Volumen oder kleines 5x5 Volumen, ist immer identisch in aufrechter Patientenposition und somit besonders einfach. Bei der Panoramaaufnahme werden drei Lichtvisiere aktiviert, die mittelsagittale, die Frankfurter Horizontale und das Oberkiefer-Eckzahn-Lichtvisier. Der Patient wird in der Frankfurter Horizontalen positioniert. Bei Fernröntgenaufnahmen im VistaVox S Zähf genießt der Patient mehr Schulterfreiheit, da das System auf eine Sekundärblende verzichtet. Auch das erleichtert die Arbeit mit dem VistaVox S. VistaVox verfügt auch über einen großen vertikalen Verfahrenweg, um auch Aufnahmen von Kindern, Rollstuhlfahrern oder auch sitzenden Patienten zu ermöglichen. So kann das Gerät von einer sehr hohen Position auf eine sehr niedrige Position gefahren werden. Speziell bei Kinderaufnahmen ist es sinnvoll, Dosis einzusparen. So reduziert VistaVox die Aufnahmen in der Höhe, reduziert KV und Milliampere, um darüber ca. 56% Dosis einzusparen. VistaVox S verfügt über zwei Aufnahmequalitäten. SQ für Standardqualität, was einem Low-Dose-Modus entspricht und HQ für hohe Qualität. Beim HQ-Modus wird das Maximale an Bildqualität aus dem System herausgeholt, sodass selbst feinste Strukturen diagnostisch optimal dargestellt werden. Dies ist auch die vorausgewählte Einstellung für DVT-Aufnahmen. Der SQ-Modus ist dafür ausgelegt, grobe Strukturen darzustellen für besondere DVT-Aufnahmen, einhergehend mit einer deutlichen Dosiseinsparung. Dieser spart ca. 40% der Dosis von HQ-Aufnahmen. Um eine neue Aufnahme mit VistaVox zu erstellen, wird üblicherweise die VistaSoft über eine Schnittstelle der Patientenverwaltungssoftware aktiviert mit den bereits angemeldeten Patienten. Um eine neue Aufnahme im Panorama- oder DVT-Bereich zu wählen, genügt ein einfacher Klick auf entsprechend die Schaltfläche Panorama-Aufnahme oder DVT-Aufnahme. Bitte zur Panorama-Aufnahme zum VistaVox. Die Hände bitte an die Haltegriffe. Ich bereite das Aufbissstück und die Hygienehülle vor. Bitte nach vorne treten. Ich aktiviere die Lichtlinien zur Einstellung und aufbeißen auf das Aufbissstück. Bitte kurz lächeln. So, ich schließe die Kopfstützen. Bereite den Aufnahmevorgang vor. Das Röntgengerät dreht sieben Sekunden um Ihren Kopf. Nach der Aufnahme, die wir von außen auslösen, öffnen sich selbstständig die Kopfstützen und Sie können aus dem VistaVox zurücktreten. Und dann beginnt die Aufnahme. und dann continuell as Neero-Lipsstück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Mit der Seitenaufnahme zum VistaVox, in das Gerät eintreten bitte. Ich justiere die Höhe und positioniere die Nasenstütze. Bitte ruhig stehen bleiben, das Gerät scannt in 1,9 Sekunden die Aufnahme. Ich komme danach wieder zurück, ich löse die Aufnahme von außen aus und hole sie dann aus dem VistaVox heraus. Musik So, wir öffnen wieder die Nasenstütze und die Ohr-Oliven. Und dann schauen wir uns die Aufnahme an. Und hier sehen wir die Fernröntgenzeitenaufnahme. VistaSoft ist Bestandteil des VistaVox-Systems. Die All-in-One-Software aus dem Hause Durdental kann Kamerabilder, 2D-Bilder und auch DVD-Aufnahmen komplett verwalten. Dabei ist VistaSoft sehr gut in bestehende Praxissoftware zu integrieren. Sie verfügt über Schnittstellen zur Praxisabrechnung, kann aber auch Bilddaten mittels Schnittstelle an Drittsoftware übergeben. Der modulare Aufbau ermöglicht es, dem Zahnarzt die Module zu nutzen, welche für seinen Arbeitsablauf am besten geeignet sind. So ist neben einer einfach zu bedienenden Implantatvisualisierung bis hin zur Backward-Implantatplanung mit Borschauplonerstellung alles möglich. Hier entscheidet der Zahnarzt selbst, was er selbst tun möchte und was er in seinem Labor weitergibt. Die Kommunikation mit Dritten kann aber auch über die DSGVO-konforme VistaSoft Cloud passieren. Hier werden per verschlüsselter Cloud die Bilddaten ausgetauscht. Bilddaten sicher, einfach und schnell teilen mit Patienten, Kollegen oder dem Labor. Alle Daten von VistaSoft können mittels Nördenthal-iPad-App ganz einfach in einer entspannten Atmosphäre fürs Beratungsgespräch genutzt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2016 Untertitelung des ZDF, 2020